Der Berufsausbildungsförderverein wurde im Jahr 1991 gegründet. Helfen, bilden, integrieren ist der Leitsatz des Unternehmens. Er ist Motivation und Richtlinie des pädagogischen Handelns aller Mitarbeiter. Ein weiterer Ausbildungsbereich im BAFV ist die kaufmännische Ausbildung. Gegenwärtig werden fünf Berufe ausgebildet. Hier befinden wir uns zurzeit im Ausbildungskabinett, wo wir die Kaufleute für Büromanagement im ersten Ausbildungsjahr ausbilden. Die Ausbildungsdauer für diesen Beruf als KV für Büromanagement ist drei Jahre. Und im ersten Ausbildungsjahr sind die Schwerpunkte die Informationsbeschaffung, Informationsbearbeitung, Büromaterialbeschaffung, Arbeitsplatzerkonomie und alle Dinge, die mit der Organisation und Arbeitsschutz im Bürobereich zu tun haben. Im Ausbildungsbereich Handel werden im BAFV zwei Berufe ausgebildet. Wir bilden hier die Verkäufer und die Verkaufshelfer aus. Das sind alles bei zwei Jahren Ausbildungszeit. Und wir haben hier hauptsächlich die Aufgaben vorbereitet, für die betriebliche Ausbildungsphase zu machen. Also wir haben Kassierung, Warenpräsentation, Schaufenstergestaltung und auch Aktivitäten im Haus. Das heißt also, jetzt machen wir jeden Freitag Verkaufstag, wo wir Angebote aus unserem eigenen Haus, also Gartenbau, Holz und so weiter anbieten, was die anderen Bereiche herstellen. Dann findet auch immer ein Verkaufsbasar zu Weihnachten und Ostern statt. Und die Auszubildenden werden auch in der Kantinenkassierung mit eingesetzt. Dort müssen sie dann mit richtigem Geld kassieren und auch die ganze Einnahme vom Tag mit abrechnen. Wir haben auch sehr viele Schwerpunkte mit der Kundenberatung, wo dann eben auch schon Grundlagen gesetzt werden, dass sie dann in der betrieblichen Ausbildungsphase sich da orientieren und tatkräftig mitwirken können. Hallo, ich bin Bobby. Ich bin Verkaufshelfer, erstes Lehrjahr. Und ich bin seit September schon hier im BAFV in Brand-Erbesdorf. Bereits habe ich gelernt, wie man Ware anbietet und sie präsentiert. Ebenfalls habe ich für unsere Verkaufstage schon Flyer erstellt. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin Verkaufshelferin im BAFV. Und ich werde im Januar in einem Geschäft mein Praktikum absolvieren. Die Berufsorientierung für Schüler der 8. Klasse der Oberschulen spielt im BAFV eine große Rolle. Im Bereich Handel führen wir auch die Berufsorientierung durch. Zurzeit sind gerade die Schüler der 8. Klasse der Oberschule Brand-Erbesdorf bei uns im Hause, im BAFV. Und heute haben sie die Aufgabe, ein Schaufenster zu gestalten zu ihrem speziellen Thema oder Hobbys, was ihnen gerne gefällt. Im Berufsbereich Lager werden gegenwärtig junge Menschen im Beruf Lagerfachhelfer ausgebildet. Die Lagerfachhelfer werden bei uns zwei Jahre lang ausgebildet, müssen in ihrer Ausbildung eine Zwischenprüfung absolvieren und eine Endprüfung, bevor sie den Beruf bescheinigt bekommen. Die Inhalte sind, dass sie vom Prinzip her in Lager eingesetzt werden, wo sie den Wareneingang und den Warenausgang hauptsächlich bewältigen können, wo sie kommissionieren auf Anfrage, wie wir das auch bei uns hier im BAFV machen. Zurzeit sind im BAFV drei Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr, haben vor 14 Tagen ihre Zwischenprüfung bekommen, sind aber zurzeit einen Tag immer, alle 14 Tage, zum Stützunterricht bei uns. Das bedeutet, dass sie dann nochmal eine extra Hilfe bekommen zur schulischen Aufgabe. Und bei uns, wenn sie bei uns im Unternehmen sind, den einen Tag, müssen sie im Unternehmen Aufgaben erfüllen, müssen auch kommissionieren, in verschiedenen Lägern müssen sie arbeiten und die restlichen zwei Tage, wo sie nicht in der Schule sind und nicht bei uns sind, sind sie gerade in der betrieblichen Ausbildungsphase und absolvieren dort nochmal verschiedene Ausbildungsinhalte, die wir hier im Haus nicht gewährleisten können. Ziel ist es, während der betrieblichen Ausbildungsphase, dass der Betrieb, der sie dort eingesetzt hat, auch zum Ende zu übernimmt und sie dann dort, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben, auch in die Übernahme haben, ins Arbeitsleben. Weitere Informationen zum Berufsausbildungsförderverein erhalten Sie im Internet unter www.bafv.de.